Sicherlich schläft er, Mr. Collingwood. Verdammt noch mal, das will ich hoffen, Perkins. Ich prüfe seinen Puls. Soll ich die Polizei rufen, Sir? Die Polizei, Perkins! Bei diesem Schneesturm bräuchten Sie Tage bis hier raus. Ah, der ist ein Schrägtor. Gott sei Dank, er ist da. Was für ein fürchterlicher Schneesturm. Köstlich. Ausgezeichneter, du fluchtguter Tropfen, Perkins. Wie lange gereist? Gleich im Flammer. Und die Essen. Thomas Collingwood, war verrat? Nein, im Moment ist es mir leicht ungelegen. Frau Künz, kommen Sie rein. Ja. Frau Künz, mein Kontobuch. Ihr Kontobuch, Sir. Ah, Gampfer und Stift. Und Ihr Stift, Sir. Auch. Sehr gut, Perkins! Ah! 1, 2, 3. 1, 2, 3.